LEDs sparen Stromkosten und setzen alles ins rechte Licht. Auch im Einzelhandel wird die richtige Beleuchtung immer bedeutender. Frau Kaus, Elektra präsentiert sich auf der Euroshop 2017 mit einem eigenen Messestand. Warum ist Ihnen die Präsenz hier so wichtig? Der Ladenbau wird für uns immer bedeutsamer. Und deswegen möchten wir unsere Marke mehr in diesem Bereich präsentieren und haben uns für einen Imagestand entschieden, um zu transportieren, dass wir schon jahrelange Erfahrungen in der Beleuchtungstechnologie haben. Die wir im Möbelbau insbesondere angewendet haben bisher, aber eben auch für den Ladenbau mehr und mehr ausbauen. Herr Flögel, um Beleuchtungslösungen im Ladenbau vor allem in Regalen zu integrieren, braucht es praktische Lösungen. Wie bringen Sie Elektrizität an die richtige Stelle? Wir haben uns in erster Linie konzentriert auf das Entwickeln von Stromschienensystemen und möchten natürlich auf dem Bereich auch die Entwicklungen weiter vorantreiben. Dabei konzentrieren wir uns auf zwei Dinge. Das ist einmal die kundenspezifische Lösung, die wir für unsere Stammkunden entwickeln und erarbeiten. Und das ist zum Zweiten dann eine allgemeine Lösung, die sich an den Markterfordernissen und am Markt orientiert. Je individueller ein Projekt im Einzelhandel ist, desto wichtiger ist die Art der richtigen Lichtinszenierung. Was bieten Sie Ihren Kunden hierzu an? Wir bieten natürlich für unsere Kunden eine Reihe von Lösungen an, wo der Kunde sich aus verschiedenen Produkten, aus verschiedenen Produktkonstellationen sich etwas auswählen kann, um dann genau das Produkt zu haben, worauf er sich im Markt konzentrieren möchte. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.